toll und jetzt leckts übel die ganze Szenen ich weiß bin ich ich bin ja am Tag kraft um die Hälfte angegriffen um überhaupt erst ja alles es es gibt es gibt Aron zum Bettener und der Betracht die haben noch gar nicht gemerkt dass der nicht schluss nein wachst und nachher mit kraft ist verboten die wollen sich ein bett war die haben sich ein bett gekostet dafür dass man nicht ja und zu spät in den weg jetzt ist es in der kiste auf der anderen seite die wollen die wollen sich am bett kaufen darf nicht wenn die tante ich ich möchte jetzt nicht könntest du vielleicht mitkommen bei sind ja zwei ja ich mache schon ein bogen ja obwohl wir haben keine falle dann bringen wir heute nicht mehr kommt spring einfach runter ich bin doch 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 oder über noch den einen äh, okay wärst du jetzt gestorben, Kantron? ne doch nicht oh, Kantron bitte sterben darf ich? du musst es hochbauen, ne? lol, hast du dir da einen Weg hochgebaut? warte auf mich, okay, bitte bist du runtergefallen wieso machst du keine Treppen? der ist eh raus, interessiert jetzt eigentlich eh keinen mehr hast du Blöcke? ja, genug hier, neun Orangen ja, dann bleib doch hier user joined your channel wer da? ähm, schlacht den Bolz auf lol der hat einen Bogen oder warst du das? ne ich hab nichts gemacht bam wo soll man bitte Gold herbekommen? ähm, Koppel und komm schon, lass kill komm schon ja 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 geh, geh, geh user disconnected from your channel zieh ihn mal zu uns zieh ihn mal zu uns Baum, wir haben gewonnen zieh ihn mal zu uns oh, der ist schon weg ja, er ist vom, äh, der ist weg ja, Leute ja, okay dann war's das für heute, ne? ja 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 ja